Sura 16, En-Nahl, die Biene, offenbart zu Mekka, 128 Ayet. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Der Befehl Allahs kommt, so sucht ihn nicht zu beschleunigen. Gepriesen ist er und erhaben über all das, was sie anbeten. Er sendet die Engel auf seinen Befehl mit der Offenbarung zu dem von seinen Dienern hernieder, zu dem er will. Warnt die Menschen, dass kein Gott da ist außer mir. Mich allein sollt ihr fürchten. Er hat die Himmel und die Erde in gerechter Weise erschaffen. Erhaben ist er über all das, was sie anbeten. Er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen. Doch seht, nun ist er ein offenkundiger Gegner. Und das Vieh hat er erschaffen. Ihr habt an ihm Wärme und Nutzen. Und davon esst ihr. Und es ist schön für euch, wenn ihr es abends eintreibt und morgens austreibt. Und sie tragen eure Lasten in ein Land, das ihr nicht erreichen könntet. Es sei denn mit großer Mühsal. Wahrlich, euer Herr ist gütig, barmherzig. Und erschaffen hat er Pferde, Maultiere und Esel zum Reiten und zum Schmuck. Und er erschafft, was ihr nicht wisst. Allah weist den Weg. Es gibt solche, die vom Weg abweichen. Und hätte er es gewollt, hätte er euch allesamt den Weg gewiesen. Er ist es, der Wasser aus den Wolken herniedersendet. Davon habt ihr zu trinken. Und davon wachsen die Gebüsche, an denen ihr euer Vieh weiden lasst. Damit lässt er für euch Korn sprießen und den Ölbaum und die Dattelpalme und die Trauben und Früchte aller Art. Wahrlich, darin liegt ein Zeichen für nachdenkende Leute. Und er hat für euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht. Und die Sonne und den Mond und die Sterne sind auf seinem Befehl hin dienstbar. Wahrlich, darin liegen Zeichen für die Leute, die Verstand haben. Und was er auf der Erde für euch erschaffen hat, ist mannigfach an Farben. Wahrlich, darin liegt ein Zeichen für Leute, die sich mahnen lassen. Und er ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, auf das ihr zartes Fleisch daraus esst und Schmuck daraus gewinnt, um ihn euch anzulegen. Und du siehst, wie die Schiffe es durchfahren, auf das ihr seine Huld sucht und auf das ihr dankbar sein möget. Und er hat feste Berge auf der Erde gegründet, damit sie nicht mit euch wanke. Und Flüsse und Wege, damit ihr recht gehen möget. Und er hat Wegzeichen erschaffen, und durch die Gestirne finden sie die Richtung. Ist nun wohl der, der erschafft, demgleich, der nicht erschafft? Wollt ihr euch nicht ermahnen lassen? Und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzählen wolltet, würdet ihr sie nicht restlos erfassen können. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig. Und Allah weiß, was ihr verbergt und was ihr Kund tut. Und jene, die sie statt Allahs anrufen, schaffen nichts. Sind sie doch selbst erschaffen. Tot sind sie, nicht lebendig. Und sie wissen nicht, wann sie erweckt werden. Euer Gott ist der einzige Gott. Und die, die nicht ans Jenseits glauben, ihre Herzen sind der Wahrheit fremd, und sie sind hochmütig. Unzweifelhaft kennt Allah, was sie verbergen und was sie Kundtun. Wahrlich, er liebt die Hochmütigen nicht. Und wenn sie gefragt werden, was haltet ihr von dem, was euer Herr niedergesandt hat, sagen sie, das sind Fabeln der früheren. Dies ist so, damit sie am Tage der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen und einen Teil der Lasten derer, die sie ohne Wissen irreführen. Wahrlich schlimm ist das, was sie tragen. Diejenigen, die vor ihnen waren, planten auch Ränke. Doch Allah rüttelte ihren Bau an den Grundmauern, sodass das Dach von oben her auf sie stürzte, und die Strafe kam über sie, ohne dass sie ahnten, woher. Dann wird er sie am Tage der Auferstehung zu Schanden machen und sprechen, wo sind nun meine Teilhaber, um deret Willen ihr strittet. Die mit Erkenntnisbegabten werden sagen, an diesen Tage wird Schande und Unheil den Ungläubigen zuteil sein. Diejenigen, die von den Engeln abberufen werden, da sie gegen sich selber gefräfelt haben und nun unterwürfig geworden sind, sagen, wir pflegten ja nichts Böses zu tun. Nein, wahrlich, Allah weiß wohl, was ihr zu tun pflegtet. So tretet durch die Tore der Jahannim ein, um darin zu wohnen. Schlimm ist wahrlich die Wohnstadt der Hochmütigen. Und wenn zu den Gottesfürchtigen gesprochen wird, was haltet ihr von dem, was euer Herr herabgesandt hat, sagen sie, etwas Gutes. Für die, welche Gutes tun, ist Gutes in dieser Welt und die Wohnstadt des Jenseits ist noch besser. Wahrlich, herrlich ist die Wohnstadt der Gottesfürchtigen. Die Gärten von Eden, die sie betreten werden, Bäche durchfließen sie. Darin werden sie haben, was sie begehren. Und so belohnt Allah die Gottesfürchtigen. Zu ihnen, die von den Engeln friedlich abberufen werden, sprechen die Engel, Friede sei auf euch. Tretet ein in das Paradies für das, was ihr zu tun pflegtet. Worauf warten sie denn, wenn nicht darauf, dass die Engel zu ihnen kommen oder dass der Befehl deines Herrn eintrifft? So taten schon jene, die vor ihnen waren. Allah war nicht ungerecht gegen sie, jedoch sie waren ungerecht gegen sich selber. So ereilten sie die bösen Folgen ihres Tuns. Und das, was sie zu verhöhnen pflegten, umschloss sie von allen Seiten. Und die Götzendiener sagen, hätte Allah es so gewollt, so hätten wir nichts außer ihm angebetet, weder wir noch unsere Väter. Noch hätten wir etwas ohne seinen Befehl verboten. Genauso taten schon jene vor ihnen. Jedoch sind die Gesandten für irgendetwas außer für die deutliche Verkündigung verantwortlich? Und in jedem Volk erweckten wir einen Gesandten, der da predigte, dient Allah und meidet die Götzen. Dann waren unter ihnen einige, die Allah leitete, und es waren unter ihnen einige, die das Schicksal des Irrtums erlitten. So reist auf der Erde umher und seht, wie das Ende der Leugner war. Wenn du für sie den rechten Weg begehrst, dann wisse, dass Allah nicht jenen den Weg weist, die andere irreführen. Noch gibt es für sie Helfer. Und sie schwören bei Allah ihre festen Eide. Allah werde jenen nicht auferwecken, die sterben. Aber nein, ihn bindet ein Versprechen, das ihm obliegt. Jedoch die meisten Menschen wissen es nicht. Er wird ihnen das klar machen, worüber sie uneins waren, damit jene, die ungläubig sind, wissen, dass sie Lügner sind. Unser Wort, das wir für eine Sache sprechen, wenn wir sie wollen, ist nur sei. Und es ist. Und denjenigen, die um Allahs Willen ausgewandert sind, nachdem sie unterdrückt worden waren, werden wir sicherlich eine schöne Wohnstadt in der Welt geben. Und wahrlich, der Lohn des Jenseits ist noch größer, wenn sie es nur wüssten. Es sind diejenigen, die geduldig geblieben sind und auf ihren Herrn vertrauen. Und vor dir entsandten wir auch nur Männer, denen wir die Offenbarung gegeben haben, so fragt die, welche die Ermahnung besitzen, wenn ihr etwas nicht wisst. Wir entsandten sie mit den deutlichen Zeichen und mit den Büchern und zu dir haben wir die Ermahnung herabgesandt, auf dass du den Menschen erklärst, was ihnen herabgesandt wurde und auf dass sie nachdenken mögen. Sind denn jene, die Böses planen sicher davor, dass Allah sie nicht in die Erde versinken lässt oder dass die Strafe nicht über sie kommen wird, wenn sie es nicht ahnen? Oder sind jene sicher davor, dass er sie nicht in ihrem Hin und Her ergreift, sodass sie nicht imstande sein werden, dies zu vereiteln? Oder sind jene sicher davor, dass er sie nicht durch vorgewarnte Vernichtung erfasst? Euer Herr ist wahrlich gütig, barmherzig. Haben sie denn nicht all die Dinge gesehen, die Allah erschuf? Und deren Schatten sich nach rechts und nach links wenden und sich vor Allah niederwerfen, während sie gedemütigt werden? Und was an Geschöpfen in den Himmeln und auf Erden ist, wirft sich vor Allah in Anbetung nieder. Genauso die Engel. Und sie betragen sich nicht hochmütig. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Und Allah hat gesprochen, Nehmt euch nicht zwei Götter, er ist der einzige Gott, so fürchtet mich allein. Und sein ist, was in den Himmeln und auf Erden ist, und ihm gebührt die immerwährende Furcht. Wollt ihr also einen anderen fürchten außer Allah? Was ihr Gutes habt, es ist von Allah. Wenn euch jedoch ein Schaden trifft, dann fleht ihr ihn um Hilfe an. Doch wenn er dann den Schaden von euch hinweg nimmt, so beginnt ein Teil von euch seinem Herrn Götter zur Seite zu stellen und das zu verleugnen, was wir ihnen beschert haben. Wohl an, vergnügt euch nur eine Weile, bald aber werdet ihr es wissen. Und für die, von denen sie nichts wissen, setzen sie einen Teil von dem beiseite, was wir ihnen beschert haben. Bei Allah, ihr werdet sicherlich zur Rechenschaft gezogen werden, für all das, was ihr erdichtet. Und sie dichten Allah Töchter an. Gepriesen sei er. Und sich selbst behalten sie vor, was sie begehren. Und wenn einem von ihnen die Nachricht von der Geburt einer Tochter überbracht wird, so verfinstert sich sein Gesicht und er unterdrückt den inneren Schmerz. Er verbirgt sich vor den Leuten aufgrund der schlimmen Nachricht, die er erhalten hat. Soll er sie behalten, trotz der Schande? Oder soll er sie in der Erde verscharren? Wahrlich, übel ist, wie sie urteilen. Auf diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, trifft das Gleichnis des Bösen zu. Auf Allah aber trifft das allerhöchste Gleichnis zu und er ist der Erhabene der Allweise. Und wenn Allah die Menschen für ihr Freveln bestrafen wollte, würde er nicht ein einziges Lebewesen darauf auf der Erde bestehen lassen. Doch er gewährt ihnen Aufschub bis zu einer bestimmten Frist. Und wenn ihre Frist um ist, dann können sie auch nicht eine Stunde dahinter zurückbleiben, noch können sie ihr vorauseilen. Und sie schreiben Allah zu, was ihnen selbst missliebig ist. Und ihre Zungen äußern die Lüge, dass sie das Beste erhalten würden. Zweifellos wird ihnen das Feuer zuteil werden und darin sollen sie unbeachtet bleiben. Bei Allah wir schickten wahrlich schon Gesandte zu den Völkern vor dir, doch Satan ließ ihnen ihre Werke wohlgefällig erscheinen. So ist er heute ihr Schutzherr und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Und wir haben dir das Buch nur deshalb herabgesandt, auf dass du ihnen das erklärst, worüber sie uneinig sind. Und wir haben es als Führung und Barmherzigkeit für die Leute, die glauben, herabgesandt. Und Allah hat Wasser vom Himmel herniedergesandt und damit die Erde nach ihrem Tod belebt. Wahrlich, darin liegt ein Zeichen für Leute, die hören können. Wahrlich, auch am Vieh habt ihr eine Lehre. Wir geben euch von dem zu trinken, was in ihren Leibern ist. Zwischen Kot und Blut ist in der Mitte Milch, die denen lauter und angenehm ist, die sie trinken. Und von den Früchten der Dattelpalmen und den Beeren macht ihr euch Rauschtrank und gute Speise. Wahrlich, darin liegt ein Zeichen für Leute, die Verstand haben. Und dein Herr hat der Biene eingegeben, baue dir Häuser in den Bergen und in den Bäumen und in dem, was sie, die Menschen, errichten. Dann iss von allen Früchten und folge den Wegen deines Herrn, die er dir leicht gemacht hat. Aus ihren Leibern kommt ein Trank mannigfach an Farbe. Darin liegt ein Heilmittel für die Menschen. Wahrlich, hierin ist ein Zeichen für Leute, die nachdenken. Und Allah hat euch erschaffen, dann lässt er euch sterben und es gibt manche unter euch, die ins hinfällige Greisenalter getrieben werden, sodass sie nichts wissen, nachdem sie doch Wissen besessen haben. Wahrlich, Allah ist allwissend allmächtig. Und Allah hat einige von euch vor den anderen mit Gaben begünstigt. Und doch wollen die Begünstigten nichts von ihren Gaben denen zurückgeben, die sie von Rechtswegen besitzen, sodass sie gleich beteiligt wären. Wollen sie denn Allahs Huld verleugnen? Und Allah gab euch Gattinnen aus euch selbst, und aus euren Gattinnen macht er euch Söhne und Enkelkinder, und er hat euch mit Gutem versorgt. Wollen sie da an nichtiges Einem Einem Leib Eigenen, der über nichts Gewalt hat, und von einem Freien, den wir selbst reichlich versorgt haben, und der davon geheim und offen spendet. Sind diese gleich? Preis sei Allah, doch die meisten von ihnen wissen es nicht. Und Allah gibt euch ein anderes Gleichnis von zwei Männern an die Hand. Der eine von ihnen ist stumm. Er hat über nichts Gewalt und ist für seinen Dienstherrn eine Last. Wo er ihn auch hinschicken mag, er bringt nichts Gutes zurück. Kann er dem gleich sein, der Gerechtigkeit gebietet und der selbst auf dem geraden Weg ist? Und Allah gehört das Ungesehene, der Himmel und der Erde und was die Stunde anbelangt, so ist sie nur einen Augenblick entfernt. Nein, sie Gewiss, Allah hat Macht über alle Dinge und Allah hat euch aus dem Schoß eurer Mütter hervorgebracht, ohne dass ihr etwas wusstet und er gab euch Ohren und Augen und Herzen, auf das ihr danken möget. Sehen sie nicht die Vögel, die im Luftraum des Himmels in Dienstbarkeit gehalten sind? Keiner hält sie aufrecht außer Allah. Wahrlich, darin liegen Zeichen für die Leute, die glauben. Und Allah hat euch eure Häuser zu einem Ruheplatz gemacht und er hat euch aus den Häuten des Viehs Zelte gemacht, die ihr leicht zur Zeit eurer Reise und zur Zeit eures Aufenthalts handhaben könnt. Und ihre Wolle und ihr Pelz und ihr Haar gab er euch zu Gebrauchs Gegenständen und zur Nutznießung für eine bestimmte Zeit. Und Allah hat euch aus dem, was er erschaffen hat, schattenspendende Dinge gemacht. Und in den Bergen hat er euch Schutzwinkel gemacht und er hat euch Gewänder gemacht, die euch vor Hitze schützen und Panzer Hemden, die euch im Kampfe schützen. So vollendet er seine Gnade an euch, auf das ihr ihm ergeben sein möget. Doch wenn sie sich abkehren, dann bist du für nichts verantwortlich, außer für die klare Verkündigung. Sie kennen Allahs Gnade und sie leugnen sie doch und die meisten von ihnen sind ungläubig. Und am Tag, da wir aus jeglichem Volk einen Zeugen erwecken werden, wird denen, die nicht glauben, nichts gestattet werden, noch wird ihre Entschuldigung angenommen werden. Und wenn jene, die Unrecht begangen haben, die Strafe erst erleben, dann wird sie ihnen nicht leicht gemacht, noch werden sie Aufschub erlangen. Und wenn die, welche Götter anbeten, ihre Götter sehen werden, so werden sie sagen, unser Herr, das sind unsere Götter, die wir statt deiner anriefen, darauf werden sie ihnen die Beschuldigungen zurückgeben. Wahrlich, ihr seid Lügner, und an jenem Tage werden sie Allah ihre Unterwerfung anbieten und alles, was sie zu Erdichten pflegen, wird sie im Stich lassen. Die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, zu derer Strafe werden wir und am Tage, da wir in jeglichem Volk einen Zeugen aus ihrer eigenen Reihe gegen sie selbst erwecken werden, wollen wir dich als Zeugen bringen gegen diese. Und wir haben dir das Buch zur Erklärung aller Dinge herniedergesandt und als Führung und Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Gottergebenen. Wahrlich, Allah gebietet gerecht zu handeln, uneigennützig Gutes zu tun und freigiebig gegenüber den Verwandten zu sein und er verbietet was schändlich und abscheulich und gewalttätig ist. Er ermahnt euch, vielleicht werdet ihr die Ermahnung annehmen und haltet den Bund mit Allah ein, wenn ihr einen Bund geschlossen habt und brecht die Eide nicht nach ihrer Bekräftigung wo ihr doch Allah zum Bürgen für euch gemacht habt wahrlich Allah weiß was ihr tut und seid nicht wie jene Frau die ihre Strickarbeiten auflöste nachdem sie diese angefertigt hatte ihr macht eure Eide zu einem Mittel euch gegenseitig zu betrügen aus Furcht ein Volk könnte sonst mächtiger werden als ein anderes Allah stellt euch damit nur auf die Probe und am Tag der Auferstehung wird er euch das klar machen worüber ihr uneinig wart und hätte Allah es gewollt hätte er euch sicherlich zu einer einzigen Gemeinde er will und leitet recht wen er will und ihr werdet gewiss zur Rechenschaft gezogen werden für das was ihr getan habt und macht eure Eide nicht zu einem Mittel euch gegenseitig zu betrügen sonst wird euer Fuß ausgleiten nachdem er fest aufgetreten ist und ihr werdet dafür vom Übel kosten dass ihr von Allahs Weg abgehalten habt und euch wird eine strenge Strafe zuteil Allahs Bund nicht zu einem armseligen Preis wahrlich was bei Allah ist ist besser für euch wenn ihr es nur wüsstet was bei euch ist vergeht und was bei Allah ist bleibt und wir werden gewiss denen die standhaft sind ihren Lohn nach der besten ihrer Taten bemessen dem der recht handelt ob Mann oder Frau und gläubig ist werden wir gewiss ein gutes Leben gewähren und wir werden gewiss solchen Leuten ihren Lohn nach der besten ihrer Taten bemessen und wenn du den Koran liest so suche bei Allah Zuflucht vor Satan dem Verfluchten wahrlich er hat keine Macht über die welche da glauben und auf ihren Herrn vertrauen siehe seine Macht erstreckt sich nur auf jene die bei ihm Beistand suchen und die Allah Götter zur Seite stellen und wenn wir einen Vers anstelle eines anderen bringen und Allah weiß am besten was er offenbart sagen sie du bist nur ein Erdichter doch nein die meisten von ihnen haben kein Wissen sprich der Geist der Heiligkeit hat ihn den Koran von deinem Herrn in Wahrheit herabgebracht auf das er die festige die da glauben und er hat den Koran zu einer Führung und einer frohen Botschaft für die Gottergebenen herabgebracht und wir wissen wahrlich dass sie sagen wer ihn lehrt sei nur ein Mensch die Sprache dessen jedoch auf den sie hinweisen ist eine fremde während dies hier eine deutliche arabische Sprache ist denen die nun nicht an die Zeichen Allahs glauben wird Allah nicht den Weg weisen und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein wahrlich es sind ja nur jene die nicht an die Zeichen Allahs glauben die da falsches erdichten und sie allein sind die Lügner wer Allah verleugnet nachdem er geglaubt hat den allein ausgenommen der dazu gezwungen wird während sein Herz im Glauben Frieden findet auf jenen aber die ihre Brust dem Unglauben öffnen lastet Allahs Zorn und ihnen wird eine strenge Strafe zu Teil sein dies ist so weil sie das Leben des Diesseits dem des Jenseits vorgezogen haben und weil Allah das Volk der Ungläubigen nicht leitet sie sind es auf deren Herzen und Ohren und Augen Allah ein Siegel gesetzt hat und sie sind die achtlosen zweifellos sind sie es die im Jenseits die verlierenden seiden werden als dann wird dein Herr denen gegenüber die auswanderten nachdem sie verfolgt worden waren und dann kämpften und geduldig blieben siehe ihnen gegenüber wird dein Herr hernach gewiss allverzeihend barmherzig sein an dem Tage da jede Seele kommen wird um sich selbst zu rechtfertigen und da jeder Seele voll vergolten wird was sie getan hat sollen sie kein Unrecht erleiden und Allah gibt das Gleichnis von einer Stadt sie genoss Sicherheit und Frieden und wurde reichlich aus allen Orten versorgt doch sie leugnete die Wohltaten Allahs darum ließ Allah sie eine umfassende Not des Hungers und der Furcht kosten für das was sie ihre Bewohner zu tun pflegten und wahrlich zu ihnen war ein Gesandter aus ihrer Mitte gekommen sie aber verleugneten ihn da ereilte sie die Strafe weil sie Frevler waren darum esst nun von den erlaubten guten Dingen womit Allah euch versorgt hat und seid dankbar für Allahs Huld wenn er es ist dem ihr dient verwehrt hat er euch nur das von selbst verendete und Blut und Schweinefleisch und das worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist wer aber genötigt wird davon zu essen ohne die Gebote übertreten zu wollen und ohne das Maß zu überschreiten wahrlich Allah ist dann allverzeihend barmherzig und sagt nicht aufgrund der Falschheit eurer Zungen das ist erlaubt und das ist verboten sodass ihr eine Lüge gegen Allah erdichtet wahrlich diejenigen die eine Lüge gegen Allah erdichten haben keinen Erfolg wenig Genuss haben sie dann aber wird ihnen eine schmerzliche Strafe zuteil sein und denen die Juden sind haben wir all das verboten was wir dir bereits zuvor mitgeteilt haben und nicht wir taten ihnen unrecht sondern sie taten sich selber unrecht als dann wird ein herr gegen die die in unwissenheit böses tun und es danach bereuen und sich bessern wahrlich ihnen gegenüber wird ein herr herrnach allverzeihend barmherzig sein wahrlich Abraham war ein Vorbild er war gehorsam gegen Allah lauter im Glauben und er gehörte nicht zu den Götzendienern seine Wohltaten er erwählte ihn und leitete ihn auf den geraden Weg und wir gewährten ihm Gutes in dieser Welt und im Jenseits wird er sicherlich unter den Rechtschaffenden sein als dann haben wir dir Prophet Mohammed offenbart folge dem Weg Abrahams des Lauteren im Glauben der nicht zu den Götzendienern gehörte der Sabbat wurde denen auferlegt die über ihn uneins waren und dein Herr wird gewiss am Tage der Auferstehung zwischen ihnen über das richten worüber sie uneins waren rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung auf und streite mit ihnen auf die beste Art wahrlich dein Herr weiß am besten wer von seinem Weg abgeirrt ist und erkennt jene am besten die recht geleitet sind und wenn ihr bestraft dann bestraft in dem Maße wie euch Unrecht zugefügt wurde wollt ihr es aber geduldig ertragen dann ist das wahrlich das beste für die geduldigen und und harre in Geduld aus deine Geduld aber kommt nur von Allah und sei weder traurig über sie noch beunruhigt wegen ihrer Ränke wahrlich Allah ist mit denen die gottesfürchtig sind und Gutes tun